Ein Koch aus Leidenschaft. Sogar Herzoginkartoffeln macht Thomas Rund selbst. In seinem Landgasthof setzt er auf frisch zubereitete Speisen. Dabei könnte er es sich viel leichter machen, mit Fertigprodukten. Für uns soll er sich auf der Fachmesse Internorga in Hamburg die neuesten Convenience-Produkte für Köche anschauen. Fertige Speisen, die dem Koch das Kochen abnehmen. Röstis aus der Tüte, wie hausgemacht. Und Dr. Oetker bietet Soßen oder Desserts als Fertigpulver in großen Eimern. Wir sprechen hier groß und bevorzugt den Profikocher. Den Profikoch. Ja, genau, richtig. Ja, aber als kochgelehrter Koch mit meinem Beruf hat das ja nicht mehr viel zu tun. Wir liefern Ihnen die Basis und Sie bringen Ihren feinen Geschmack mit hinein. Meine persönliche Noten. Ja, genau, richtig. Und das ist Kochen. Und das ist nicht Kochen, das ist Kochen in großem Stil. Zeitgemäß und Kalkulationssicherheit. Rührei aus dem Tetra-Pack. Ganze Menüs aus dem Plastikbeutel. Wird in unseren Restaurants überhaupt noch selbst gekocht? Thomas Rund begegnet auf der Internorga vielen Kochkollegen, die ihm das Fertigessen schmackhaft machen wollen. Hier Kaiserschmarrn. Fix und fertig aus dem Tetra-Pack. Ein kompletter Teig? Nein. Brauch mal einfach nur in die Pfanne geben. Und es sieht dann, wechsel dich mal so eben Pfanne, so aus. Ja, ja. Jetzt probieren Sie den mal bitte. Aber an sich soll der Koch den Teig doch selber machen. Wieso soll ich so einen Teig nehmen? Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich muss eine Location haben, wo vielleicht nicht nur Köche arbeiten, wo auch Aushilfen arbeiten. Und da brauche ich eben ein Produkt, wo ich sagen kann, klack, aufmachen, in die Pfanne geben. Aufmachen, zack, in die Pfanne. Diese Produkte werden in Restaurantküchen eingesetzt. Thomas Rund fühlt sich hier wie ein Exot. Er macht sogar seine Bratkartoffeln noch selbst. Den Aufwand könnte er sich sparen. Einmal homemade Bratkartoffeln. Homemade. Wieso homemade? Weil die aussehen wie ein Hausfrauenschnitt quasi. Die von der Mutter ist früher zu Hause geschnitten. Vorgegart fix und fertig mit Margarine. Ich brauche nur die Tüte aufmachen, in die Pfanne schmeißen und so sieht das Ergebnis aus. Experten schätzen, dass rund 80 Prozent aller deutschen Restaurants Convenience-Produkte einsetzen. Von der Fertigsauce bis zum kompletten Menü. Fertig Kartoffeln sind da ganz vorn. Die Hansa-Kartoffeln? Als Koch? Ja. Grundsätzlich. Grundsätzlich, genau. Das ist mein Produkt. Für meine besser. Frischer. Schade ist nur, dass die Köche, die den Koch lernen, nicht mehr lernen, wie man richtig... Das ist der Nachteil. Das ist der einzige Nachteil, dass uns quasi durch die Industrie die Füße oder der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Weil wir irgendwann mal ersetzbar werden. Offene Worte. Dabei geht es der Gastronomie in Deutschland nicht schlecht. Die Branche hat letztes Jahr den höchsten Umsatz seit zehn Jahren gemacht. Immer mehr Menschen, so die Statistik, essen im Restaurant. Thomas Rund kocht seit er 18 ist. Einmal in der Woche fährt der Küchenmeister zu seinem Schlachter im Nachbardorf. Das Heidschnuckenfleisch abholen. Extra für ihn zugeschnitten. Moin. Moin. Moin, schau ihn dir nicht zu sehen. Wie geht die da? Wie geht die da? Fein. Hast du ein paar Schlucken für mich? Jo. Ja? Dann hab ich Frag für dich. Ja, wenn wir kicken. Ja. Kostet für weg oder was? Jo. Fein. So, was haben wir hier? Heidschnucken. Frisch aus Naturschutzpark Lüneburger Heide. Aus den großen Herden. Schönes Muskelfleisch. Viel gelaufen jung. Hier haben wir die Keulen. Machen wir schön braten von. Er könnte Heidschnuckenfleisch auch vorportioniert im Großhandel kaufen. Für den halben Preis. Doch in seiner Küche will er nur frische, regionale Ware. In dritter Generation betreibt Thomas Rund das Landgasthaus Töter. Mit Restaurant, Pension und Veranstaltungsräumen. In Oldendorf in der Lüneburger Heide. Frisch kochen bedeutet Aufwand. Zum Schnuckenbraten sind in der Heide Kartoffeln Pflicht. Die beliebten Erdäpfel zuzubereiten, kostet aber Zeit. Im Keller hat der 54-Jährige dafür eine Gehilfin stehen. Die alte Schälmaschine. Das ist Tradition bei uns. Ich kaufe sie hier. Ich kann bei jemandem die Qualität bestimmen. Ich kenne sie anders. Ist ein Zeitaufwand, kostet ein bisschen Zeit. Die Maschine, aber die hält lange. Fünf Minuten kostet ein Schilgang. Einmal reicht für, wenn er voll ist, ein dreimal Schiebel vor. Reicht für 20 Personen. So, schöne, leckere, frische Herzogin. Thomas Rund bereitet die Masse für die Herzoginkartoffeln vor. Eine Seltenheit. Denn in kaum einer Küche werden die noch selbst gemacht. Aus Püree, Eiern, Salz und Pfeffer. Einfach, aber aufwendig. Tiefgekühlt aus dem Großhandel würde ein Exemplar etwa 10 Cent kosten. Eine selbstgemachte Herzoginkartoffel von Thomas Rund liegt beim 3- bis 4-fachen. So, überbacken wir die, leicht anbräunen lassen. Konsistenz ist gut. Die Tiefgekühlten bräuchten in der Fritteuse nur 5 Minuten. Seine brauchen mindestens 3-mal so lang. Das ist unsere Leidenschaft, das ist Kochen, das ist Kochkunst. Das ist das, was wir gelernt haben. Das ist das, was der Gast bei uns im Hause erwartet, dass er ein frisches, zubereiteter Druck kriegt, was er zu Hause auch nicht selber macht und auch so gar nicht zu kaufen kriegt. Obwohl Thomas Rund werktags in der Küche allein ist, die Zeit für Selbstgemachtes nimmt er sich immer. Die Schnuckenkeulen sind dran. Schön würzen, reichlich Rapsöl am Braten. Das ist Rapsöl aus der Elbmarsch. Dann würdchen wir das mit einer Grangerie ab. Was ist das hier? Das ist ein Sud aus dem vorherigen Bratenschmor. Der ist über, den nehme ich wieder für den nächsten. So habe ich immer einen natürlichen, gehaltvollen Geschmack in meiner Soße, Kraft und Wirkung. Hier, schön Röstgeschmack. So, das fülle ich dann mit meinem Sud auf. So, dann kommen die Keulen da wieder rein. Ich brauche nicht viel nachschmecken, weil das ist mein Grundsud, den ich immer da habe. Trotz des Aufwandes. Die Preise im Landgasthaus sind moderat. Hauptgerichte liegen bei 15 bis 22 Euro. Seine Frau Hilke arbeitet Vollzeit mit. Das spart Personalkosten. Die Qualität hat sich über Jahre herumgesprochen. Familie Rund hat viele treue Stammgäste. Eigentlich kann man sich nur darauf verlassen, weil man ein Haus relativ gut kennt, das dort eben vor Ort noch frisch gekocht wird. Ich meine, die Handarbeit sollte bleiben. In vielen Sachen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist ein Aufwand. Aber irgendwie, meine ich, lohnt sich das. Eine Maggitüte kann ich mir selber zu Hause aufreißen. Dafür möchte ich nicht im Lokal sitzen, viel Geld bezahlen und mich hinterher ärgern müssen, dass es so 0815 geschmeckt hat. Auf der Internorga dagegen? Von Großkonzernen industriell vorproduziertes Restaurant essen. Auch für die Spitzengastronomie. Thomas Rund besucht den Stand von Knorr Professionals. Einem Convenience-Hersteller, der die Gastronomie auch mit Rezeptideen versorgt. Fertig Spinat mit Fertigsauce Hollandaise. Das Ei obendrauf war mal frisch. Eine Vorspeise, die auch in Vorzeigerestaurants serviert werden soll. Aber eine gehobene Gastronomie? Ja. Das geht das her? Würde ich schon sagen. Also das als Entree für die gehobene Gastronomie, denke ich, aus meiner Sicht würde passen, wenn wir uns besinnen auf die guten alten Werte. Denk ich mal. Was Kulinarik angeht. Ja, aber gute alte Werte ist ja nur frisch aufgeschlagen. Und ein Eilbruch hier. Da haben sie schlecht. Das war gefroren, das Eigelb? Das war ein gefrorenes Eigelb. Genau, es war vor anderthalb Stunden noch im Frost. Das ist ja, na gut, hollandisch ist, also tütig. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Thomas Rund bleibt höflich. Geschmeckt hat es ihm nicht. Konzerne wie Nestle oder Unilever arbeiten für ihre gastronomischen Fertigprodukte gern mit sogenannten Markenbotschaftern zusammen. Echte Köche, die die Vorteile von fertigen Fonds oder Salatsaucen anpreisen. Zu sehen in Firmenvideos auf Messen oder auf eigenen Internetkanälen. Die Knorr professionellen Zutaten unterstützen uns sehr gut. Sie sind sofort löslich. Und im Geschmack geben sie uns den letzten Schliff. Das ist nicht so, wie unsere Zunft das an sich haben möchte. Die Industrie will halt ihr Produkt verkaufen und redet es so schön, wie sie es haben wollen. Aber sie können es nicht, weil sie niemals an die Qualität und den Ursprung und der Handarbeit des Koches rankommen. Das sehen nicht alle so streng. Engeltal bei Nürnberg. Hier befindet sich der Gasthof Grüner Baum aus dem Knorr Professional Werbespot. Ein gut besuchtes Lokal mit vielen Stammgästen. Serviert wird Hausmannskost. Das Motto vom Chef Rudi Koch, frische Zutaten mithilfe der Industrie verfeinern. Und er scheut sich nicht, für Industrieprodukte auch zu werben. Seine Soße Hollandaise ist zwar mit Weißwein und Gewürzen angesetzt, doch der Großteil kommt aus dem Tetra-Pack von Unilever. Das muss ich in den Kasten. Dann machen wir es. Ich glaube, wir müssen es schneidrücken. Okay, auch genau. Wenn man jetzt hier die Eier aufschlagen würde, dann ist es dann doch so, dass man es entzeugen muss abends. Und bei der Anrichteweise, die muss ständig warm gehalten werden. Wenn man es zu stark erhitzt, gerinnt sie. Und das habe ich aus dem Industrieprodukt nicht. Und das ist im Geschmack so gut, dass man nicht mehr selber viel verändern muss. Eine sichere Industriesoße. Auf dem Teller lecker angerichtet. Z.B. mit frittiertem Spargel. Doch was weiß der Kunde? Die Soße Hollandaise ist von einer frischen, selbstgemachten kaum zu unterscheiden. Auf der Speisekarte vom grünen Baum steht, Soße Hollandaise. Von Unilever steht da nichts. Die ist mit frischer Butter gemacht. Und nicht aufgewärmt oder so. Das merkt man. Wenn ich schon in eine Lokalität gehe, wie in diese hier, die ja sehr gehobenes Essen anbietet, dann möchte ich auch für mein Geld, das ich hier bezahle, das gönne ich mir auch nicht so oft, was Tolles zu essen bekommen. Und nichts, was aus der Dose oder aus der Tüte oder Verpackung kommt. Hier wird wirklich gut gekocht und das seit zig Jahren. Ich bin hier seit meiner Geburt hier in der Gegend. Und ich glaube nicht, dass die hier Tetra-Paks verwenden. Ganz bestimmt nicht. Wir haben mit einem Ihrer Gäste auch gesprochen, der Stammgeist ist, der meinte, nee, hier wird nichts aus dem Tetra-Pak benutzt. Nee, das hat er wahrscheinlich dann noch nie hinterfragt im Prinzip. Das würde ich Ihnen aber auch gerne sagen, wenn er das fragt. Heißt das für den Restaurantbesucher, jedes Mal den Koch fragen, was wirklich auf dem Teller ist? Viele Industrieprodukte werden wie selbstverständlich in fast jeder Küche benutzt. Da haben wir jetzt Vinaigret, Grundsoßen, eine konzentrierte Pullium, eine Paprikapaste und ein konzentrierte Bratenschuh und zwei verschiedene Fonds von Kalb und Geflügel. Und zum Verfeinern noch eine Markkul-Prinz-Bullion oder hier so Taboulet für so Vorspeisen, so orientalische Sachen. Das würden uns ja viele andere Küche nicht freiwillig zeigen, oder? Könnte sein vielleicht, aber ich denke mal, die machen das genauso. Und das braucht man nicht verheimlichen. Wichtig ist immer das Produkt, was auf dem Teller ist und dass der Gast zufrieden ist. Aber wie ehrlich ist das? Zufrieden durch industriell vorgefertigte Speisen? Muss der Gast nicht davon ausgehen, dass ein Koch das alles selber kocht? Wer will schon jedes Mal nachfragen müssen? Thomas Rund schlägt eine frische Hollandaise mit Ei, Gewürzen, Weißwein und Butter auf. Er will zeigen, dass er dafür nicht länger braucht als für das Aufwärmen der Fertigsauce. Auf der Packung steht zwar Soße Hollandaise, doch sie ist ohne Butter gemacht. Im Supermarkt könnte man das nachlesen, im Restaurant nicht. Die deutschen Lebensmittelüberwachungsbehörden schreiben deshalb vor, auf der Speisekarte zu kennzeichnen, wenn eine Soße Hollandaise mit Pflanzenfett angeboten wird. Dann wäre sie keine echte. Das heißt, jetzt setzt gleich der Bindungsprozess ein. Wenn es heiß genug ist, wenn es einmal Blub macht, dann nehme ich das zur Seite, rühre meine gute Butter darunter, Prise Salz daran und fertige ich meine Hollandaise. Doch viele aus seiner Zunft scheuen offenbar, die Hollandaise selbst zu machen. Langes Rühren kostet Zeit. Und der Umgang mit rohen Eiern ist nicht besonders beliebt. Hygienebestimmungen verlangen hier eine besondere Sorgfalt. Sieht man schon an den Blasen. Eine schöne, aufgeschlagene holländische Soße. Klassisch, typisch, so soll der Koch es können. Ein Liter Fertigsauce kostet nur etwa 5 Euro und ist geöffnet 3 Tage haltbar. Das macht sie zu einem der erfolgreichsten Convenience-Produkte überhaupt. Was der Profi schnell erkennt, ist für den Laien oft schwer zu unterscheiden. Wir wollen prüfen, wie ehrlich Restaurants zu ihren Gästen sind. Zusammen mit Verbraucherschützer Armin Vallee machen wir den Test mit versteckter Kamera. Ein Braugasthof in Hamburgs Innenstadt. Auf der Speisekarte finden wir Soße Hollandaise zum Spargel. Wir fragen nach. Ist die Soße Hollandaise selbst gemacht? Ja. Doch als Armin Vallee probiert, kommen ihm Zweifel. Ein typischer Industriegeschmack. Sauer. Wir nehmen eine Probe von der Soße und übergeben diese an das Lebensmittellabor Kinn in Neumünster. Laborleiter Michael Benner soll für uns die Probe untersuchen. Ist Butter drin? Ist es also eine echte, frische Soße Hollandaise? Oder aus dem Tetra Pak? Dafür wird das Fett aus der Soße extrahiert und dann im Gaschromatografen bestimmt. Diese Peaks, wie man das nennt, das sind die einzelnen Fettsäuren. An dieser Stelle, die jetzt hier nicht besetzt ist, da sollte eigentlich der Hinweis auf Butter erscheinen. Da wir hier nichts haben, ist das eine Probe, wo keine Butterzusatz nachweisbar ist. Keine Butter, keine echte Hollandaise. Das Braugasthaus räumt ein, eine Fertigsauce verwendet zu haben. Das Personal werde in Zukunft korrekt antworten und die Soße in der Karte anders bezeichnet. Das nächste Lokal, ein Steakhouse auf der Reeperbahn. Auch hier gibt es Spargel. Ist die Soße Hollandaise frisch? Ja, irgendjemand hat sie frisch gemacht, ja. Wir freuen uns also auf eine frische Soße mit Butter gemacht. Auch auf der Speisekarte steht Soße Hollandaise. Und der zweite Kellner antwortet mit Ja, als wir wissen wollen, ob die Soße frisch ist. Wieder kommen Armin Vallée Zweifel. Und er hat recht. Das Laborergebnis belegt, keine echte Hollandaise. Eine Reaktion vom Steakhouse haben wir bis heute nicht bekommen. Die Verbraucher sind hier wirklich ohnmächtig. Und da muss nachgebessert werden. Es darf nicht ein Kavaliersdelikt sein, dass man den Verbrauchern Fertigsauce unterjubelt. Die nächste Station, eine beliebte Kette für Hausmannskost. Hier steht auf der Speisekarte Soße à la Hollandaise. Übersetzt, eine Soße wie eine Hollandaise. Diese Kennzeichnung wäre richtig. Ist die Soße selbst gemacht? Ist die frisch? Nein. Eine ehrliche Auskunft. So ist es transparent für den Gast. Wir wollen aber eine echte Soße und gehen weiter. Ein beliebtes Ausflugslokal mit Blick auf die Elbe. Alle Tische sind reserviert. Es wird voll. Das Lokal wirbt im Internet mit frisch zubereiteten Speisen. Ist die Soße Hollandaise selbst gemacht? Die Soße Hollandaise? Ja. Doch auch das stimmt nicht. Man benutze eine Soße aus dem Tetra Pak, gibt der Betreiber auf Anfrage zu. Zukünftig wolle man ein Fünftel Butter hinzufügen und den Gast besser informieren. Wir sammeln weitere Soße Hollandaise-Proben in zufällig ausgewählten Lokalen in Norddeutschland. Vom Spargelhof bis zum Szene-Lokal. Nach dem chemischen und sensorischen Test das Ergebnis. Von insgesamt elf Proben sind sieben ohne Butter und somit nicht echt. Vier sind mit Butter, aber davon zwei mit sehr wenig, sodass auch hier der Verdacht auf ein Fertigprodukt besteht. Nur zwei von elf sind also echte Soßen. Doch der Gast bekommt davon nichts mit. Die Fertigsoßen für die Profiküche sind so konzipiert, dass sie unauffällig sind. Obwohl Aromen oder Verdickungsmittel drin sind, die Zutaten müssen auf der Speisekarte nicht deklariert werden. Das Lebensmittelinformationsgesetz erweist sich hier als lückenhaft. Leider hat man hier in der neuen Lebensmittelinformationsverordnung solche Dinge überhaupt nicht aufgenommen. Ist zum Teil natürlich auch eine Sache des Zusatzstoffrechtes. Auch hier ist die EU federführend. Und auch hier steht leider keine Veränderung im Raum. Wenn der Koch will, kann er industrielle Fertigsoßen, Fons und Brühen benutzen, ohne dem Gast sagen zu müssen, dass zum Beispiel ein Geschmacksverstärker wie Hefeextrakt in seinem Gericht ist. Viele Convenience-Produkte bleiben im Verborgenen. Und auch viele Hersteller sind öffentlichkeitsscheu. Kein Gast soll wissen, dass sein Essen vom Fließband kommt. Trotzdem gelingt es uns, bei Avico zu drehen, dem größten Kartoffelprodukt der Hersteller Europas, mit Sitz in den Niederlanden. Kundenbetreuer Thomas Müller schätzt, dass Avico über 100 verschiedene Kartoffelprodukte für die Gastronomie herstellt. Kartoffeln gehören für jeden Koch zu den zeitintensivsten Beilagen. Da hilft Avico gern beim Zeitsparen. Ich brauche nicht mehr so lange vorbereiten. Ich muss nicht an einem Tag, wo ich weiß, heute ist extrem viel los, morgens um 6 Uhr anfangen und in der Küche stehen mit einer vollen Mannschaft, damit um 11 Uhr bei den ersten Gästen eine Riesenvorbereitung steht. Sondern ich kann auch an dem Tag zur selben Uhrzeit anfangen, vielleicht um 10 Uhr, kann aber um 11 Uhr schon voll im Produzieren sein und es merkt vorne trotzdem keiner. Und hier haben wir letztendlich vorgegarte Kartoffelscheiben mit der fertigen Gratin-Süße schon vermischt. Verteil das nur eben ein wenig. Tüte auf und rauf aufs Blech. Einzige Handarbeit? Käse reiben. Oder noch einfacher, das fertige Gratin auf das Blech stellen. Ein paar Minuten in den Ofen und dann auf den Restaurantteller. Die hohe Kunst, Convenience, die nicht nach Industrie aussieht. Hier haben wir jetzt ein Produkt, das ist vom Teig her noch ein bisschen grober, damit es vom Bissgefühl einfach ein bisschen intensiver ist. Und es ist halt nicht mehr in so einer starren Form, sondern es wird ein bisschen ungleichmäßig und soll halt mehr aussehen wie selbstgemacht. Ist das denn wichtig, dass das wie selbstgemacht aussehen soll? Ja, immer mehr. Warum? Weil viele Gastronomen natürlich auch nicht so offensichtlich das zeigen wollen, dass sie ein Fertigprodukt einsetzen. Wie selbstgemacht, aber vom Fließband. Thomas Müller zeigt uns Videos aus der Produktion. 650.000 Tonnen Absatz pro Jahr mit Kartoffelprodukten. Geliefert wird in 120 Länder. Weltweit werden sie als Zeitsparer eingesetzt. Auch in der Spitzengastronomie. Kroketten, Kartoffelecken, Würfel oder Bällchen, Rösti oder Puffer. Allein 50 Pommes-Sorten sind im Portfolio. Avico denkt sich auch Rezepte aus. Der Pizzapuffer. Kochfertigkeiten braucht dafür niemand mehr. Nur Belegen in den Ofen, schon fertig. Konzerne wie Avico profitieren davon, dass es in den Restaurantküchen immer weniger Fachkräfte gibt. Das größte Problem ist, Führungskräfte zu bekommen, leitende Kräfte zu bekommen. Da werden wir natürlich auch die Kunden betreuen, regelmäßig darauf angesprochen, dass man kaum noch ausgebildetes Personal bekommt. Und das fördert es natürlich, dass immer mehr Produkte eingesetzt werden, wofür man auch keine Fachkräfte braucht. Laut Avico-Werbung essen täglich etwa 10 Mio. Menschen eines ihrer Kartoffelprodukte. Viele von ihnen sind Restaurantgäste, denen nicht verraten wird, dass ihr Essen in der Fabrik hergestellt und in der Küche nur noch aufgewärmt wurde. Wir haben unserem Koch Thomas Rund ein Fertigprodukt in die Heide mitgebracht, das er noch nie gesehen hat. Fertige Spiegeleier aus dem Karton. Tiefgefroren 50 Stück. Die werden v.a. fürs Frühstücksbuffet eingesetzt. Tja, das brauche ich nicht. Ich habe hier ein Ei, mache eine Pfanne, haue ein Ei rein, habe ein frisches Landei. Dies ist vorgegart, sicherlich auch durchgegart. Und damit ist es nicht frisch. Aber hygienisch, sicher, zeitsparend. Ein tiefgefrorenes Spiegelei kostet 52 Cent. Thomas Rund zahlt für ein Ei aus der Bodenhaltung 15 Cent. Das ist bestimmt praktisch für das Café, oder? Nichts Praktisches dran. Überhaupt nicht. Meine Arbeit macht das Gerät, weil ich es sonst am Herd stehen müsste und der kann mir jetzt halt was anderes machen. Aufgewärmte Spiegeleier. Teuer, dafür gleichmäßig, risikolos und zeitsparend. Jetzt kommt es auf den Geschmackstestor an. Ich tue es. Nicht schön. Mehl, bisschen nach Schwefel. Nicht schön. Kein Ei. Wenig Eigeschmack. Nichts gebraten ist gar nichts. Das Ei wird für die Profiküche in jeglicher Form optimiert. Wir fahren nach Ungarn, in die Nähe des Ballaton-Sees. In einem kleinen Dorf sitzt eine Firma, die mit ihren Produkten den Eimarkt aufrollen möchte. Bei Bovo-Prot werden Eistangen produziert. Dafür werden Eigelb und Eiweiß getrennt. In einer Maschine wird erst das Eigelb gekocht und dann in eine Hülle gefüllt. Das noch flüssige Eiweiß kommt dazu. Die Eirolle wird erneut gekocht. Das fertige Produkt garantiert immer gleiche Eierscheiben. Ein überdimensionales, hart gekochtes Ei in Stangenform. Die Eierstangen sind mehrere Wochen haltbar. Zwar ist die Eirolle kein neues Produkt, doch mit einer neuen und noch geheimen Technologie wollen die ungarischen Geschäftsführer den Eierstangenmarkt aufrollen. Auch in Deutschland. Diese Technologie erlaubt es uns, alles Mögliche in das Eiweiß zu füllen. Z.B. Fleisch, Nudeln oder Käse. Alles, was bei Raumtemperatur fest ist, können wir hineinfüllen. Und keine Eiweißreste, wie beim eigentlicher, eher oval geformten Naturei. Immer der gleiche Eigelbanteil in der Mitte. Und das Eigelb sitzt immer schön fest und bröselt nicht. Hier exklusiv die Weltneuheit von Bovo Prott. Das Ei ohne Eigelb. Eiweißstange mit Dill, Pfeffer oder Knoblauch. Wieder in Hamburg auf der Internorga. Thomas Rundt kommt an den Schnitzelstand. Wiener Schnitzel gehört zu den Top 3 der beliebtesten Restaurantgerichte überhaupt. Steht Schnitzel auf der Speisekarte, ist Absatz garantiert. Für dieses panierte Schweineschnitzel braucht der Koch nur 5 Minuten. Es wird gefroren geliefert, dann ins heiße Öl, fertig. Ich meine, es schmacklich okay, wo wird das eingesetzt? Catering, Gastronomie, Hotels. Einfache Gastronomie, Durchlaufgastronomie wird das eingesetzt. Ja, also die Schnitzel auf alle Fälle. Kann auch jeder zubereiten, da braucht ja gar kein Koch mehr dabei sein. Ja, richtig, genau so ist es. Schnitzel, Tintenfischringe, alles, was paniert ist. Die Firma Gierlinger aus Österreich bietet ein umfassendes Sortiment an Fleischprodukten für die Gastronomie. Doch am allerwichtigsten ist das Schnitzel. Die Gierlinger Holding ist einer der größten Schnitzelproduzenten Europas. Mit Betrieben in Österreich, Slowenien, Ungarn und Rumänien. Die Geschäftsführung erklärt sich bereit, uns ihr Schnitzelwerk in Bukarest zu zeigen. Cook in 5 Minutes, in 5 Minuten fertig. Doch für Geschäftsführer Thomas Gierlinger geht es nicht bloß um die gesparte Zeit. Sein Undercover-Schnitzel soll der Stolz jedes Restaurantkochs sein. Industrielles Schnitzel ist eher flach. Die Banade ist haftend. Sie sehen hier die Blasen, wenn wir so sagen, die was hier aufwerfen. Und das ist eigentlich das Optimale. So wird es gewollt und so wird es gerne serviert. Allein aus diesem Werk werden 400 Tonnen Convenience-Produkte im Monat ausgeliefert. Schaschlik, Brathühnchen, Schnitzel. An Einzelhandel und Gastronomie. Ein Schnitzel kostet im Verkauf etwa 1,20 Euro. In der Kalkulation schlagen die Gastronomen etwa das Dreifache drauf. Damit die Schnitzel immer gleich schmecken, werden sie mit einer geheimen Würzlakenrezeptur behandelt. Der Vorteil ist bei dieser Sache, bei diesem Prozess, dass eben, wenn sie zu Hause einen Schnitzel produzieren, wird das Salz mit der Hand aufgetragen. Hier kann es sein, dass punktuell zu viel Salz drauf ist. Dieses Produkt ist so, mit dieser Maschine wird gleichmäßig ordentlich Salz aufgeteilt. Auch Größe und Gewicht der Schnitzel sind genau vorgegeben. Es gibt das XL-Schnitzel mit 180 Gramm, ebenso wie die Kinderausgabe mit 60 Gramm. Das Fleisch wird industriell geplättet. Und die Masse werden streng kontrolliert. Das Wichtigste aber ist die Panade. Statt mit Wasser, wie bei einer oft verwendeten Nasspanade, wird hier mit Vollei gearbeitet. Auch damit die Blasen entstehen, die das Schnitzel wie hausgemacht aussehen lassen. Das würden Sie sicher nicht als industrielles Schnitzel feststellen. Wenn ich so einen Schnitzel auf dem Teller serviert bekomme mit Petersilienkartoffeln und wir essen eben gerne Moosbeeren, also Preiselbeeren dazu, dann sagt jeder, wow, tolles Produkt, tolles Gericht. Hat der Koch gut gekocht. Thomas Gierlinger ist gelernter Koch und hat selbst ein Restaurant betrieben. Das Verheimlichen von Industrieprodukten auf dem Restaurantteller gehörte für ihn zum Alltag, gibt er freimütig zu. Wer möchte diese Diskussion mit dem Gast führen? Ich wollte es zu meiner Zeit auch nicht führen, als Gastronom. Das heißt, Sie haben auch Convenience eingesetzt, aber das ist nicht klar? Ganz klar, klar. Was denn zum Beispiel? Ja, eben angefangen mit klassischen Mayonnaise, aus Hollande, verschiedene Soßen, auch doch noch Beilagen, wo du die Zeit nicht gehabt hast. Oder auch nicht, oder Mehlspeisen. Auch Weihnachten, wo du ein fertiges Schokomus gekauft hast. Und wenn da einer gefragt hat? Hausgemacht. Das ist ja Hausgemacht. In einem Haus, in einer Produktionsstätte. Pech für den Restaurantgast. Der Begriff Hausgemacht ist rechtlich nicht geregelt. Die Gastronomen haben kaum etwas zu befürchten. Ein Restaurant kann sogar komplette, feine Spitzenmenüs anbieten, ohne sie selbst zu machen. Wie die von der Firma Holyfood, in der Nähe von Bonn. Hier produzieren sie sogenanntes High-Convenience und nehmen den Restaurants das Kochen gleich ganz ab. Frisch und ohne Zusatzstoffe. Ohne irgendwelche Convenience-Produkte zu verwenden. Marktfrisches Gemüse wird geschnitten und dann blanchiert. Seit 24 Jahren schon arbeitet die Firma für viele Restaurants. Nur eben im Verborgenen. Viele der Kunden geben nicht gern zu, Produkte von Holyfood zu benutzen. Denn die Arbeiter hier machen die Arbeit, die eigentlich im Restaurant stattfinden sollte. Der Kunde lagert einen Teil seiner Produktionsarbeit oder seiner Vorbereitungsarbeit aus, gibt den zu uns und wir stellen es individuell für diesen Kunden hierher. Das heißt, wir werden die Küche, die Köche des Kunden, nur an einem anderen Standort. Der aktuelle Auftrag kommt von einem Restaurant in der Nähe, wo am Wochenende eine große Gesellschaft bewirtet werden soll. Es gibt geschmorte Kalbsbäckchen in Portweinsauce mit Kartoffelstampf und frischem Gemüse. Hier wird das alles fertig gekocht. Portionsweise füllen die Mitarbeiter das komplette Menü in Plastikbeutel ab. Wir haben hier in so einem Beutel immer genau abgehoben drei Stückchen eines geschmorten Kalbsbäckchen mit zwei kleinen Kirschtomaten in der dunklen Portweinsauce, die an den Spitzengastronomen, den Profikunden ausgeliefert wird, national und international, kundenindividuell hier bei uns hergestellt. Dazu abgepacktes Gemüse, grammgenau abgewogen. Ausgeliefert wird in einem Karton. Der Gastronom kann so anhand der Gästeanzahl menügenau kalkulieren. Thomas Rüssel ist Geschäftsführer von Holy Food. Er prophezeit ein Umdenken in der Restaurantbranche. Eine Entpersonifizierung. Dass der Koch das Menü selbst zaubert, sei nicht mehr wichtig. Es reiche, wenn er nur noch Komponenten aufwärmt. Viel wichtiger sei, dass es immer gleich gut schmecke. Wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin, habe nicht viel Zeit, dann kaufe ich mir irgendwo das, wo ich weiß, ein Systemgastronom, das Essen ist das gleiche wie in Europa oder in Deutschland. Und dann stürmen sie alle zu dem berühmten McDonald's. Dann sagen, der Big Mac ist weltweit das gleiche Produkt. Und diese Gewissheit, dann ist für mich viel wichtiger, ist dieses Essen heute kalkulierbar gut, bewirke ich damit das, was ich will. Ich werde niemals einen Gast einladen und sagen, am Herd steht Herr Schmitz und Herr Schmitz wird das gleich kochen. Dann bin ich darauf angewiesen, dass er auch da ist und dass er an dem Tag auch noch einen guten Tag hat. Jede ungelernte Aushilfe kann die Beutelchen im Wasserbad aufwärmen, aufschneiden und schön anrichten. 6 Euro im Einkauf für dieses Gericht. Für etwa 18 Euro kommt es auf die Speisekarte. Frischem Romanesco. Noch ein paar Kräuter dazu. Schon sieht es aus wie selbstgemacht. Einfach noch mal die frische Note und ein bisschen die nötige Individualität vor Ort verleiht. Wenn in Restaurants immer weniger selbst gekocht wird, leidet das Kochhandwerk. Vor allem der Nachwuchs. Das merken Berufsschullehrer mehr denn je. Die Ausbildungsqualität in den Betrieben verschlechtert sich durch den zunehmenden Einsatz von Convenience-Produkten. Wir sind in Bad Doberan, eine Berufsschule für Köche. Heute auf dem Lehrplan? Poulade mit Bratenjü. Alles klar, dann los. Gerade Soßen sind für viele Azubis schwer. So, hier geht es nämlich auch heute jetzt darum, dass sie gerade auch noch mal einen Soßen-Ansatz üben, dass sie den machen. Ist bei den Prüfungen in der Regel ein großes Problem, dass die Jugendlichen nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, beziehungsweise den so nebenbei machen wollen. Meistens machen das nur in der Schule. In den Betrieben wird das überhaupt nicht zelebriert. Was nehmen die denn dann für Soßen? Ist das dann kombiniert? Das ist ein Regen-Kombinier, ja. Fleisch vom Knochenlösen, auch das kommt im Kochalltag immer weniger vor. Die meisten Azubis arbeiten mit vorportioniertem Fleisch. Schalt's doch raus, dann nehmen wir das lieber für den Soßen-Ansatz. Das ist doch völlig in Ordnung. Da kommen dann nur die Brüste, wenn das so bestellt ist. Also die Tiere nicht im Ganzen. Wenn wir das nur, die Brüste brauchen, dann nehmen wir die auch einfach so. Portioniertes Fleisch und fertige Bratensaucen. Das Resultat, die Übung fehlt. Was die Azubis in der Berufsschule gelehrt bekommen, können viele im Betriebsalltag kaum anwenden. So passieren Fehler. Hier sieht man jetzt ganz gut, dass es, kann man ganz runterziehen, bevor es ganz verbrennt. Es ist jetzt relativ braun hier unten am Boden. Die Knochen selber aber noch gar nicht braun. Köche, die das täglich machen oder zweimal die Woche, dreimal die Woche, die können es natürlich, die haben das im Gefühl. Die hören es schon, die riechen, was passiert. Das sind einfach Erfahrungswerte. Viele Azubis beklagen unsoziale Arbeitszeiten und wenig Lohn. So spitzt sich der Fachkräftemangel in den Restaurantküchen immer mehr zu. Zu viele Fertigprodukte nehmen der Ausbildung den letzten Reiz. Wenn dann halt Convenience eingesetzt werden, hat man diese Zwischenschritte nicht. Und das ist halt das, was mich stört. Weil ich würde halt auch gerne selber mal mit anpacken und mitmachen. Und wenn man dann Convenience benutzt, dann steht man da, okay, es ist alles fertig. Man kann schnell seine Gäste abarbeiten. Hat nicht so viel Stress, aber es ist ja auch nicht so schön. Wenn man das selber macht, das schmeckt. Inzwischen setzen etwa 80 Prozent der Restaurantküchen in Deutschland Convenience verschiedener Fertigungsgrade ein. Auch Ausbildungsbetriebe. Dadurch, dass die Zeit knapp ist oder es dir keiner beibringen kann, läufst du mit. Und wenn du mitläufst, hast du halt diese Produkte, die dir dabei helfen, uns schnell zu sein. Und das ist meistens, dass man hingeht, nimmt die Tüte raus und wärmt die nur auf und würzt die dann. Weil man macht das halt jetzt nicht mehr selber dann. Und das finde ich schade, weil wenn man Koch werden möchte, müsste man diese Produkte auch selbst verarbeiten. Doch viele Azubis trauen sich nicht, das anzuprangern. Manche Betriebe achten eher auf den Umsatz als auf die Ausbildungsqualität. Convenience macht's möglich. Ich lerne ja Koch, um frische Produkte zu machen, um den Gästen sagen zu können, ich hab das gemacht. Ich hab ihnen das zubereitet, ich hab ihnen das abgeschmeckt, ich hab das gemacht. Und nicht einfach nur Tüte auf und fertig. Also das ist für mich kein Problem. Also dafür muss ich nicht lernen, ist meine Meinung. Weil das kann jeder Laie. Da kann man einen Fünftklässler hinstellen, kann ihm sagen, pass auf, Tüte auf, Wasser, Heus, einrühren, fertig. Zuletzt erreichte bundesweit knapp die Hälfte der Kochlehrlinge gerade mal ein Ausreichend in der Abschlussprüfung. Nur etwas mehr als ein Drittel war befriedigend. Sehr gut nur 0,5 Prozent. Es ist schade, wenn man sieht, wie der Kochberuf verkommt so ein bisschen. Also im Grunde genommen, die Jugendlichen kommen hin, sie lernen für diesen Betrieb zu arbeiten, sie lernen mit den Produkten dort umzugehen. Sie lernen aber nicht, was macht Kochen überhaupt aus. Das heißt, was sind Rohstoffe überhaupt, mit denen ich arbeite. Wie reagiert ein Ei, wie reagiert eine Möhre, wenn ich sie einfach anbrate, warum wird sie braun? Das lernen sie alles nicht mehr. Und das ist einfach schade. Und es ist einfach Grundlage eines Koches, das zu können. Doch Convenience wird sich weiter durchsetzen. Der Umgang damit soll in der Ausbildung bald eine größere Rolle spielen. Denn der Fachkräftemangel im Restaurant wird andauern, während die Fertigprodukte immer noch raffinierter und noch praktischer werden. Ihr habt sie geröstet. Das hat Bratnudeln draus gemacht. Nicht so gut. Im Landgasthaus Töter wird dieser Trend nicht ankommen. Thomas Rund und seine Frau Hilke haben eine 6-Tage-Woche. Nur donnerstags ist geschlossen. Wer wird für den Spargel-Essen heute? Schön, und dann haben wir zweimal die Regen. Jedes Wochenende kommen die Gäste sogar aus dem 60 Kilometer entfernten Hamburg. Die Stammgäste wissen, hier dreht der Chef sogar die Klößchen für die Hochzeitsuppe selbst. Zu Stosszeiten unterstützt von Helfern. Ist Ihnen das wichtig, dass die Leute noch sehen, dass das von Ihnen direkt ist? Natürlich. Dass Sie die Wege sehen, was wir hier machen, dass der Chef persönlich kocht. Die Gäste kommen hier um die Ecke, gucken in die Küche, begrüßen mich, gucken hier und wissen, dass ich hier bin und hier koche. So wie hier in Oldendorf gibt es viele Köche, die sich dem Industrietrend bewusst widersetzen und mit frischen und regionalen Produkten gerne selbst kochen. Doch viele Köche sind längst eher Küchenmanager. Sie organisieren vorgefertigtes Essen, statt es selbst zuzubereiten. Nachher und Vous. Nachher und You. Nachher undymus besogen alleisance Chance. Vielen Dank.